Moin Leute, willkommen zum ersten Fahrtest mit 6S im Gelände mit Speed Ritzel. Mal gucken wie es ist. Da vorne seht ihr mein Losi-Ternacite, er ist jetzt auch endlich fertig. 150 Ampere Ace-Regler ist drin, aus dem Thunder Tiger und 4600 kV Schokos Motor, 4 Polar von Skyrc. Und da hinten ist der Neo-Fighter Buggy, den man auch schon im Speedrun gesehen hat. Kameran, Michi. Einfach nur mal an den Schokos-Feld fragen. Einfach nur mal ein bisschen rumheizen hier, keine große Sache. Ja. Naja, das wollte ich nicht mehr lachen, ey. Was auch mit deinem kleinen Tamir, das will ich nicht weg mit dem Nagel, ey. Den merken ihr, glaube ich, gar nicht. Ist wie beim Vandal. Plupp, der federt einmal ein. Wohl, Alter. Mein Schokos, der fahrt 15 Ritzel drauf. Ob der Rad ist, 15, 10 Jahre. Wollten erst mal auf den Ratter ritzeln. Nein, ich muss endlich hinlaufen. Warte noch auf den Schokos jetzt. Achso, ich filme noch in meinem Hände hin. Also Benni liegt wieder über Kopf, ne. Ist klar. Ist ein Twaggy. Oh, ach. So schlecht geht der auch nicht, ey. Für 2S, ey. Oh, Alter. Ja. Wohooo. Woh. Woh. Schnell. Woh. Achso, zum Setup vom letzten Mal, die Akku-Fächer sind oder das Akku-Fach. Genau, ich hab mir vorgemacht, dass die Akkus ganz hinten im Fach sind. Ich hab die gleich versetzt, aber ich hab die jetzt alle beide so Zentimeter nach hinten gedrückt, da kann man ja einstellen im Fach. Um den Schwerpunkt, weil der letzte Mal muss so weit nach vorne runterkommen. Der ist auch jetzt ein bisschen besser geworden und der hat verdammt, auf 6, er hat verdammt Power, also der kommt auch leichter rum, wo da war was. Fack einen kleinen Speedrun mal eben mit dem Sand oder was? Ne, der geht nicht, das ist auch jetzt. Ist das vielleicht zu warm, der Motor? Genau, fack mal eben hoch hier und mach jetzt mal einen kleinen Kaffee, probier mal mit dem Schockhaus, ob die heiße jetzt ist. Boah, ist warm, ob ich kann die ganze Weile anfassen. Na gut, dann geht's einfach. Mach mal runter dann, ne, mach mal noch einen Speedruns. Gibst du wieder? Ne, ich filme immer, ich filme schon die ganze Zeit. Okay. Ich halte voll drauf, ey. Die große Telle ist ein Team EWG, Armaterium auf 6S, ungefähr auf 2S. Ja, wie unfair. Ja. Ja. Plätze. Fertig. Luft. Oh. Ja. Was soll man da jetzt werten? Ja, das gibt's ja da nicht mal. So, jetzt ist Benni am ShortCourse. Benni, spring mal mit dem ShortCourse. Ja, okay, siehste. Das war klar. Ja, okay, siehste. Das war klar. Ja, bei Benni meine. Ja, bei Benni meine. Da, den ShortCourse. Ja. 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 Oh, oh, oh. Oh, breifen weg. So, erster Schaden. Die Einlage ist die Hälfte rausgeflogen. Aber von welchen? Der hier. So viel zu 6S und die Arme greifen. Voll die Scheiße, ey. Mal kurz gucken. Einmal komplett aufgerissen. Komplett auf und das ist das. Garantie oder was nennt man das? Keine Ahnung. Das kann ja nicht sein. Na ja, siehste. Wir werden sehen, wenn der Arme zurückkommt und mit welchen Reifen. Ja, du hast doch da bestimmt schon irgendwas wieder im Auge. Nee, aber noch nicht. Ach komm. Ja, natürlich. Ja, siehste. Gut, okay, das war der Arme. Reifen tot. Achso, Tamir lebt auch wieder. Ja. Ja. Aber er ist schnell, aber irgendwie musst du auf eine Leckung betrachten. Krass. Dann kommt er wieder weg. Oh. Jetzt sind der... ...rücksteiger werden. Boah. Oh, wird dunkel. Ja, endlich mischt die Sonne weg. Blende das nicht mehr so. Oh. Boah. Hat das drauf? Ja. Unfall. Ja. Shit. Geil. Wink. Schon feinlich, Benni, wenn der Kleine hier die ganze Zeit mal heizt, ey. Dienstط�. Leck dir nicht mehr. Dann kannst du auch auf das Katze. Oh! Ja. Die hat alles getrieben. Ja. Ja. Echt jetzt? Jo. Da ist eine. Geil. Hört sich nicht gut an. Nicht wirklich, ne? Riecht aber geil, ey. Merkt mal, dass er auch schön schwer ist. Aber ich glaub auf Dauer, werde ich den FCS betreiben. Das wäre klipplich. Das war schön wie so ein Fallschirm, ey. Okay. So, das war der Shortcross. Fazit, aber Talion, Reifen durch auf 6S und Shortcross, der fährt einigermaßen. Was sagst du zu ihm, wie der fährt? Zu welchen? Zu beiden. Ja, der Talion, der ist natürlich richtig krass, ey. Aber hier hat er ein paar Lenkungsprobleme, aber ansonsten hundertprozentig bei dir, ne? Ja gut, stell eigentlich zurück. Tja, noch ein Grundgehender Sache. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss.